die Leute was geht ab erstmal danke an 20 Euro na jetzt habe ich so ein kleines Special gemacht und zwar ich habe es einen neuen Kanal und ich sag mal nur so leider Audioqualität oder die Filmqualität man sieht mein ganzes Bildschirm nicht hin hier mit dem Tablet so weit auf die Kommandkopf wieder drüber hab ich hier Search and Destroy und hier habe ich jetzt Videos die Kult ich hab mal schon 4 Abonnenten und wenn ich die 20er von Manuel Hartl auf Search and Destroy wieder runterladen ähm er findet den Kanal also ich gehe zum Beispiel zu jüngeren YouTuber zum Beispiel wenn ich drohe Idol Chaos Flow Chaos Flow wenn du das siehst du bist der Beste gut warte so zack erstmal schaltet man den Teppi an dann ich mach das einfach so gut dann geht man hier auf Kanäle man drückt auf Kanäle und dann sieht man die Kanäle die er abonniert hat die er so abonniert hat und dann bei mir steht das dann auch warte ich kann das zum Beispiel noch zeigen warte ich kann das zum Beispiel noch zeigen das zack t zack 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 da mach ich mal was die heißt das ist gut und erfülle ich ein Video das ist die Kälte drauf können auf den Namen klicken und das hält man kann das ist vielleicht auf den neuen Kanal Kau ein Städter der Kanal wird jetzt fast aktiv sein Ciao.